Klösch Interiordesign, Ihr Partner fürs perfekte Wohnen. Neue Ideen für ein wunderschönes Zuhause. Infos unter 0664 248 4888 Weit weg von Kitsch und Rummel ist der jagdliche Advent in Thornau. Einfach, authentisch und balsam für die Seele. Hier treffen regionale Handwerkskunst, Kulinarik und besinnliche Musik zusammen. Ein wunderbares Brauchtum in der vorweihnachtlichen Zeit. Schon Sir Oexiperie meinte, es muss feste Bräuche geben, damit das Herz weiß, woran es sich halten kann. In Thornau gibt es sehr viel Brauchtum und daher ist Thornau auch eine Gemeinde mit sehr, sehr viel Herz. Das wollen wir in Zukunft noch intensivieren, daher haben wir jetzt auch eine Kulturinitiative Thornau gegründet. Aber ich glaube, der jagdliche Advent 2015 ist der beste Beweis, dass Thornau nicht nur sehr viel Herz braucht, sondern auch sehr viel Herz hat. Und das konnten die zahlreichen Besucher am ersten Adventwochenende nur bestätigen. Die vorweihnachtliche Hektik wird beim Besuch des jagdlichen Advents in Thornau hinter sich gelassen. Eintauchen in eine stimmungsvolle Atmosphäre, gemeinsam Zeit verbringen und einstimmen auf das Weihnachtsfest. Am Thornauer Hauptplatz ist es den Organisatoren gelungen, einen Adventmarkt zu gestalten, bei dem Echtheit, Qualität und Tradition noch im Vordergrund stehen. Das war's für heute, 부�ає nebenan, das hat amvel Yankees ah chor. Das war's für heute, mein Arbeit geht an. Ah, es war's für heute, war es für heute. � An zeigenden- Willkommen THIS Unternehmen? вик Rica-Traf意 um RO- justice. 某 ich mich über das themes Чтобы